Hallo Hessen! Es wird Zeit für mehr Gerechtigkeit. Es kann doch nicht sein, dass die einen die Krise kriegen, während andere davon sogar profitieren. Wir haben was gegen Armut. Eine Millionärssteuer. Das wäre gerecht. Kapitalanlage? Oder ein Zuhause? Wohnen muss für alle bezahlbar sein. Wir brauchen mehr Sozialwohnungen, nicht mehr Rendite. Das wäre gerecht. Von A nach B kommen, ohne Stau und Stress. Statt mehr Asphalt, endlich mehr Anbindung. Bus und Bahn für alle. Zum Nulltarif. Das wäre gerecht. Bildung darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Gut ausgestattete Schulen, in denen Lehren und Lernen Spaß macht. Und ein kostenloses Mittagessen für alle. Das wäre gerecht. Gesund leben. In der Stadt und auf dem Land. Ärztliche Praxen und Krankenhäuser, die da sind, wenn man sie braucht. Nicht, weil es sich lohnt. Das wäre gerecht. Energie darf nicht die Welt kosten. Erneuerbare zügig ausbauen. Und bezahlbaren Grundverbrauch für alle garantieren. Das wäre gerecht. Zeit zu handeln. Jetzt. Macht Hessen gerecht. Und zeigt Rassismus die rote Karte. Am 8. Oktober Die Linke wählen.